Diese hier zum Kauf angebotene vollständig renovierte 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung befindet sich in Wiesbaden-Schierstein. Die Immobilie befindet sich in einem 3-Etagen-Haus und wurde 2005 saniert. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Terrassenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 299.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017